Ja, hallo und herzlich willkommen zu Remastered, Remastered, Day of the Tentacle Remastered. Remastered, Remastered. Remastered. Gut, warum sagen wir das, dieses Spiel, was wir jetzt spielen, und wir sind übrigens Fabian und Jakob. Ähm, genau. Das heißt, Day of the Tentacle Remastered, und da wir es Remastered, 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 ist Remastered. Eben. Also würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an. Kurz vor dem Einstieg können wir ja noch kurz sagen, es handelt sich um ein Point-and-Click-Adventure, was es im Jahre 1900 irgendwann 90 schon mal gegeben hat. Zwölf und Rölf. Zwölf und Rölf. Und was Fabian und ich beide also leidenschaftlich gern gespielt haben. Oh ja. Und dass wir nur gute Erinnerungen haben, aber man will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern und so weiter. Wir wissen selber die Rätsel nur noch so sehr lückenhaft, würde ich sagen. Ja, ja. Insofern wird das auch für uns noch ein einigermaßen neues Erlebnis sein. Genau. Das Ganze ist aus dem Hause von LucasArts. Ja, das eben auch für Spiele Point-and-Click-Adventure wie Maniac Mansion zum Beispiel zuständig war. Das ist der Vorgänger von Day of the Tentacle gewesen. Oder Indiana Jones. Indiana Jones. Oder Monkey Island natürlich. Oh ja. Ja, auch großartig. Oh ja, wie viele Stunden habe ich mit diesen Teilen verbraucht. Der zweite ist übrigens immer noch mein Favorit, komischerweise. Ich habe den zweiten nie durchgespielt. Das ist der beste Teil von allen? Ich weiß, das sagen alle. Eigentlich sollten wir diese Folge jetzt und an dieser Stelle abbrechen, aber ich bin nahsichtig. Moment, genau. Wir starten jetzt lieber mal Monkey Island 2. Also rein ins Point-and-Click-Vergnügen. Würde ich auch sagen. Gucken wir uns doch mal an, was das Spiel so zu bieten hat. Genau. Achso, nein, wir haben noch nie ein Spiel angefangen und noch nie erfolglos eine Folge aufgenommen. Nein, keine Entwickler-Kommentare. Kommentieren selber. Ja, kann ja nur besser sein. Oh, dieses alte Logo allein schon. Erinnerungen, Erinnerungen, sage ich nur. Ich meine, kann man sich noch erinnern, das ist ja auch immer beruhigend. Wusstest du, dass diese Musik aus der Overtüre von Wilhelm Tell ist? Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Krass. Keine Kosten und Müll gescheut, oder? Ja, so richtig klassisch geworden ist von Rossini. Was ist ja hier alles hier noch, äh, weil ich riechen kann? Oh. Okay, also wir befinden uns hier übrigens wieder beim Anwesen von Dr. Fred, äh, den man aus Manic Mansion noch kennt als den Bösewicht. Äh, oder so, ich weiß nicht, ob er da richtig Bösewicht war. Ja, aber es ist schon sowieso ein bisschen der Antagonist irgendwie, ne, also, auf jeden Fall kein Netter. Ich denke, du solltest das trinken. Übrigens haben wir ein englisches Voice-Over, mit deutschen Untertiteln. Nonsens. Äh, die junge Generation, die bringt dann nicht schulpflichtige, sondern ist fast im Zubuck. Mehr aggressiv. Ich fühle, wie ich könnte. Wie ich könnte. Was tut er? Wie ich könnte. Oh, mein Gott. Take all the world. Schöner Untertitel. Oh, ja. Sehr lezent. Die Welt erobern. Ah, okay, da kommen auch unsere Pop-Karaktiere. Apropos dezente Untertitel. Äh, ja. Er ist off, that hamster. Friend of yours, Bernard? Er gehört zu Weird Ed Edison. Und es sieht, wie er uns eine Note gebracht hat. Weird Ed Edison. Es ist von meinem alten Freund, Green Tentacle. Er sagt, dass Purple Tentacle mutiert werden. Da hören sie sehr aufgeregt aus. Oh, ja. Oh, ja. Ich dachte, ich wäre frei von Dr. Fred und diesen verrückten Edisonen. Aber jetzt weiß ich, dass ich zurückgekommen muss. Zurück zur Mansion. Ich möchte meinen Grabstein in dieser Schriftart übrigens haben. Doch, nicht Comic Sans. Nee, nicht Comic Sans. Ja, prima. Ich frage mich, warum keine Musik kommt. Ich glaube, kommt die nicht erst in der Wagenstaatung oder kommt die gar nicht? Naja, also ich meine, wir beiden sind natürlich auch unterhaltsam genug. Aber wirklich? Ja, komisch. Wurscht. Wir kümmern uns dann zwischen den Folgen mal um die Musik. Aber ich denke, nutzen wir doch diese Gelegenheit der Herstelle, um noch ein wenig rumzuverlabern. Also sprich, du hast eben auch gerne andere Spiele aus dieser Schmiede gespielt. Oh ja, ja, halt die Klassiker. Ich finde, Indiana Jones war für mich immer einer der, weiß ich, vom Setting hier einfach eines der coolsten Spiele, weil Indiana Jones einfach... Take of Atlantis oder da gab es ja sogar noch hier das mit dem Heiligen Gral. Ich glaube, sogar das war es. Und irgendwie war der halt einfach immer schon, also als man jung war, war Indiana Jones halt eine geile Sau. So mittlerweile weiß man rückblickend... Nein, hallo? Dass er immer noch eine geile Sau ist. Indiana Jones ist immer noch eine geile Sau und von Indiana Jones gibt es nur drei Filme. Es gibt keinen vierten. Ja, okay, stimmt. Wenn wir den außen vorlassen, ist es wirklich... Ja, also auf jeden Fall... Damals war es wirklich ein Idol. So beinahe. Und es war wirklich geil. Und natürlich, äh, ja, Monkey Island auch einfach ein großartiger, tätlicher, bis zum vierten Teil, glaube ich, wirklich Stunde damit verbracht. Guybrush 3 wurde es auch ein großes Kindheitsidol, ja. Oh ja, ich habe auch danach jahrelang nach Treibholz gefischt. An Gedenken an ihn. Naja, aber die Spiele waren wirklich immer geil. Vor allen Dingen halt sehr viel Charme und Witz in den einzelnen Sequenzen und einfach immer so super lustige Charaktere irgendwie. Und es bricht sich hier natürlich Bahn. Also während wir hier so random Soundeffekte ab und zu hören. Ähm, ja, wir haben hier ein relativ langes Intro erstmal. Ähm, was wie gesagt normalerweise auch nicht so still wäre. Aber da haben sie jetzt das Mansion auch schon erreicht, wo eine Alde am Fenster steht und rausguckt. Oh ja, ist es nicht vielleicht sogar die Kuh? Man weiß es nicht. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain Command HQ here in the lobby. What are we looking for? What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get enough to the drum. Äh, vermutlich. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Gute Frage. Uh, da lernen wir, wie wir spielen. Wir verzichten mal und failen bei Gelegenheit. Genau, genau. Boah, ich stelle mir aber auch immer vor, wenn die Perle ernsthaft als Arzt oder so jemals, äh, ja, dich... Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Biologie studiert oder sowas. Ja, ich glaube auch eher, dass sie so Tiere seziert und Schmetterlinge jagt. Okay. So wie ich es mir vorstelle. Gut. Jetzt aber zum Spiel. Ähm, genau. Jetzt haben wir hier das klassische Point-and-Click-Interface. Will heißen, ähm, wir sehen, wenn wir mit dem Mauszeiger irgendwo drauf gucken, dass es dort ist. Ich glaube, ich erkläre jetzt sogar schon zu viel. Gucken wir uns doch mal die ganzen... Genau. Zettel, würde ich sagen, den, äh, nehmen wir doch mal. Mir fällt jetzt auch auf... Durch die Untertitel sind halt auch die Zettel jetzt auf Deutsch betitelt, ne? Was wahrscheinlich im Original jetzt... Also die Gegenstände sind jetzt auf Deutsch. Du meinst, in dem Spiel, was wir noch nicht gestartet haben, in der Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben. Im Gegensatz beispielsweise zu dem, äh, Schild an der, an der Telefonanlage oder so. Ach so, ja, ja, klar. Also so im Vergleich. Es ist von Georges' Hardware. Aha. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Vakuum-Cleaner in ihrem Basement haben. Hm. Ist was dran, ja? Ja, ist was dran. Auch die, äh, dieses Kunstwerk da neben der Tür finde ich wunderbar. Wahrscheinlich ein Frieremonie oder so. Du meinst das hier? Ja, genau. Das ist Ronald Reagan, oder? Wahrscheinlich. Hier ist dein EPA-Grant. Keep up the good work. Hi from Mommy. Ronnie 83. Da, Ronnie. Ah, da ist er wieder. Das ist tatsächlich Ronald Reagan. Äh, da war noch ein Kaugummi. Krass. Hm, Spearmint, my favorite. Ja, nehmen wir den Groschen noch mal raus. Oh, Groschen ist ein wunderbares Wort. Oh ja. Warum benutzt das niemand mehr? Ich weiß auch nicht. Er ist irgendwie mit dem Euro, äh, mit der D-Mark so ein bisschen untergegangen, ne? Ja, schon. Genau wie der Heiermann. Der Heiermann. Oh ja. War das zwei oder fünf Mark? Fünf Mark. War ein Fünf Mark, ne? Ich weiß noch nicht warum. Vielleicht kommt man mit dem Heiermann besonders gut beruhigt schlafen, wenn er unter dem Kissen lag. Ah. Äh, gucken wir doch mal, was mit diesem Telefon hier ist. Übrigens, äh, das wäre jetzt vielleicht noch kurz die Gelegenheit zu sagen, äh, wir hätten das Voice-Over auch auf Deutsch umstellen können, aber wir wollten nicht, weil wir uns daran erinnert haben, wie unglaublich bekackt es da war. Oh ja, es war eigentlich so das Einzige, was an dem Spiel echt negativ aufgestoßen ist, war diese, ja, Synchro. Da ist noch ein Gorschen im Telefon. Jawohl. Ich freue mich immer noch über dieses Wort. Okay, gehen wir doch mal hier ins Office rein. Okay, schauen wir mal. Okay. Äh, das ist offenbar Dr. Freds Office. Ich denke. Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way. But I'm glad he eventually accepted his hair loss. Irgendwie hübsch. Irgendwie. Ja, Bernhard ist wahrscheinlich auch irgendwie hübsch. Das wollen wir doch mal ausprobieren, wenn er in die Kamera guckt. Schauen wir mal, was passiert denn dann? Oh, ah, okay. Ja, Einschauungsgrößen. Daran habe ich mich noch erinnert. Oh, man beachtet natürlich auch rechts hier wieder Star Wars, LucasArts und Star Wars natürlich. In jedem Spiel in der Zeit gab es irgendwo Star Wars References. Wow, it's from my favorite movie. Oh ja, kann ich zwar nicht bestätigen. Mit welcher Begeisterung er dabei ist. Ja, so ein bisschen Schleichwerbung hat er sich dann doch noch rausgenommen. Spektakulär. Ah, können wir die. I don't want to carry those people around in my wallet. Okay. Ja, ist ein Argument. Schweizer Sparbuch. Das könnten wir doch mal nehmen, oder? Dr. Fred doesn't have a penny. Nicht mal einen Groschen hat er. Das ist ein Penny. Schweige denn ein Teil. Oh ja. Oh ja. Das ist alles ein guter Telefon. Okay. Auch 9-1-1 won't handle this kind of emergency. Okay. Okay. I don't have time for idle chit-chat now. I have work to do. Okay. Dann wollen wir doch mal noch gucken, was in dieser Schublade ist. Es ist closed. Ja, dann öffne es doch. Ja, öffnen. Schauen wir uns das doch mal an. ClipX. Ja, geil. Nehmen wir doch direkt. Was hat er dazu? Ja, ClipX. Ja. Ich glaube, hier sind wir durch. Auch noch mit Trademark in dem Spiel drin ist. Steht da TM? Ja, ClipX TM. Ach so, ja. Ah ja, das muss ja, glaube ich, auch angegeben werden. Ja, aber einen anderen Namen gibt es halt nicht. Also Korrekturflüssigkeit kannst du ja nirgendwo hinschreiben, ne? Äh, ne. Ist auch nicht so werbeträchtig. Auch nicht. Ne, das stimmt. Ich werde das Motel nicht verlassen, bis ich diese Tentacke finden. Das ist so typisch Adventure. Ja, die Tür mache ich einfach nicht auf. Die weitere nicht. Okay, dann sollten wir uns doch mal nach rechts begeben. Und hochgehen. Ja, stimmt. Die Treppe und die Uhr haben wir auch noch nicht ins Spiel. Ja, das heißt, irgendwie müssen wir hier jetzt noch weiterkommen. Und, äh, ja gut, ich meine, es ist ja relativ offensichtlich, was hier... Irgendwie, irgendwie die Uhr, ne? Hmm, ist etwas lustig über diese Uhr? Irgendwie lustig. Man könnte, ja, den... Ah, genau. Ein secret passage. Das ist alles zu einfach. Ja, schon. Ne, vor allem daran haben wir uns jetzt gerade noch ziemlich erinnert. Ja, das stimmt. Aber ich meine, das erste Rätsel, wenn man da dann direkt so eine hohe Barriere aufbaut, dann, äh, ja, ist es halt auch vielleicht ein bisschen schwierig. LeVarne, how'd you get up stars? Up stars. Am I up stars? I got lost. I got lost. Übersetzt mit ups. Sehr gut. Die Kurzfassung. Oh, das ist nur etwas, das ich in meinem Sparenzeit gebrochen habe. Ich habe gute Zähne gemacht, eigentlich. Bis einer von ihnen versucht, die Welt überwürdigung zu nehmen. Ich hatte die kleinen Böger in den Bausten. Gut, dass du uns das gesagt hast. Ja, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Hm, gar nicht. If you say, Bernard. Ach man, das ist nicht verplappert, der dir. Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you naive human. Now I can finish taking over the world. Hahaha. Boah, ich wollte nicht so, dass wir das spielen. Oh ja. Oh ja, jetzt habe ich mich erinnert. Ah, da war ja was. Er ist unglaublich weh, nicht wahr? Dazu muss man Mann-Hick-Menschen gespielt haben. Ja, das stimmt. Was ich übrigens nicht habe, aber... Ich auch nicht. Okay. Ich habe es angespielt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Oh, ich habe es angespielt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. You meddling Milk Toast. What? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity. Whoops. Our only hope now is to turn off my Sludge-O-Magic machine. Und prevent the toxic mutagen from entering the river. Isn't it a little late for that, Doctor? Of course. That's why I'll have to do it. Yesterday. Through the time machine. Hahaha. Ah, verrückte Scientist. Oh ja, in jedem Spiel oder Film immer einen Zugewinn. This is all your fault, Bernard. Behold, children. The Gronerjahn. Duh, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Haha. Ah, I remember that too. That's a very good thing. But there are always so pieces that come back. Bernard, fly over here so I can punch you. This must be that woodstock place, Mom and Dad are always talking about. Aber in allerseelenruhe sagen sie das, ne? Passiert ja auch gar nichts gerade. What can you do to me? I don't know. I don't want to know. Yeah! Hehehehehehe. Die, hehehehe. Die, die. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all he is a doctor. Guttenberg ist auch ein Doktor, ne? Eben. Und Schaban. Der deutsche Diamond wasn't good enough. Oh-oh. Er hat auch mal einen Groschen mehr investieren sollen. Er kostet schon mehr als ein Haiermann und einen Groschen zusammen. Oh, ja. Oh, ja. Er genießt das natürlich, der alte. Der australische Surfer. Oh, ja. Mit der Stadt, wo es surfen, schreien wir auf diese Box. Oh, ja. Der wird auch nie langweilig. Ja, äh, ein klassischer Gag am anderen. Wie zum Beispiel auch das Wasser in der Zeitmaschine und, äh, ja. Oh, ja, was ist das für das? Komisch, ne? Ja. Was hat mit Hoki und Laverne passiert? Ich wusste, dass ich einen echten Diamant gekauft hätte. Sind sie lebens? Meine Dials sagen, dass das größere Speciemine 200 Jahre in der Vergangenheit landet. Das größere Speciemine ist so geil. Ja. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Plug them in? Where is Hoki going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we going to get Hoki plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? I think I made myself perfectly clear. Step one. Find plans. Ja? Mhm, mhm. Bäh. Absturz? Ja, oder? Scheint wirklich so ein Wort. Echt geil. Ey, das Spiel ist noch genauso absturzanfällig wie damals. Geil, ja, das ist doch ein abstürzendes Ende für diese Folge vielleicht. Ja, ich würde auch sagen, ähm, also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Story auch, äh, direkt nach dieser Szene dann losgeht. Ja, ja. Insofern, denke ich, äh, werden wir tatsächlich hier mal, äh, aufhören. Und, äh, sehen uns in der zweiten Folge, äh, Remastered spielt. Day of the Tentacle. Remastered. Remastered wieder. Äh, und bis dahin, äh, einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, wo, wann und wo ihr uns immer seht. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Habe ich schon mal erwähnt, ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich schlecht in Abschieden bin? Äh, äh, nee. In dieser Serie noch nicht, ne? Ich glaube, das war bei Geoguessert. Okay. Genau, genau. Äh. Und, ja, wir sind raus, ne? Ciao. Tschö. Tschö. Tschö.